Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge meiner Artikelserie zum Thema Digitaltechnik. Heute soll es um das Tool gehen Logiflash, was wir innerhalb der Artikelserie nutzen werden. Logiflash ist ein Logik Simulator. Ich zeige gleich mal direkt was das ist. Ich habe unter diesem Video Logiflash auch installiert. Das heißt, Sie können gleich sofort unter dem Video auch mal dieses Programm testen. Innerhalb dieses Videos zeige ich auch noch, wie man das Tool lokal, also auf seiner lokalen Festplatte installiert und das macht auch Sinn, damit man die Schaltung, die man erstellt hat, dann auch speichern kann. Wer diesen Artikel später mal nicht wiederfinden sollte. Man findet dieses Tool auch auf jeden Fall auf meiner Webseite unter Tools. Das heißt, wenn ihr hier oben auf Tools klickt, dann öffnet sich dieses Fenster und da haben wir dann auch den Logiflash, diesen Logik Simulator. Und dieser Logik Simulator ist auch voll funktionsfähig. Das heißt, man kann hier zum Beispiel Buttons installieren, mal eine Lampe installieren und dort mal die beiden miteinander verbinden. Was wir gerade gehört haben, das war die Bestätigung, dass die beiden Elemente miteinander verbunden worden sind. Das heißt, es macht Sinn, bei der Arbeit mit Logiflash auch den Lautsprecher einzuschalten, damit man genau weiß, okay, die Verbindung hat soweit funktioniert. Ja, und dann kann man hier auf diesen Schalter drücken und dann zeigt die Lampe entsprechend an, dass hier ein Signal anliegt. Wem das Fenster hier zu klein ist und bei größeren Schaltungen wird das mit Sicherheit auch so sein, der kann hier unter dieses Fenster einmal klicken und dann öffnet sich Logiflash in einem Vollbild. Und wenn man jetzt mal den Schalter und die Lampe dort installiert, dann sieht man, dass es entsprechend größer ist. Man hat halt einen besseren Überblick und man kann später dann auch zoomen, rauszoomen und dann werden die Bauelemente entsprechend kleiner und man bekommt im Prinzip auch eine größere Schaltung hier installiert. Okay, was auf jeden Fall Sinn macht, ist dieses Programm lokal zu installieren. Ich gehe dazu mal auf die Projektseite und man bekommt hier auf der Projektseite, ich gehe auf Einführung, eine Einführung in das ganze Tool. Das heißt, wenn noch Fragen offen sein sollten, wie man bestimmte Menüpunkte nutzt, wie man entsprechende Dinge dort erledigen kann, dann kann man auf dieser Projektseite immer mal nachlesen und nachgucken. Was du für heute findest, ist unten dieser Punkt Download. Dort kannst du im Prinzip deine Daten eintragen und drückst dann auf Download und bekommst dann eine gepackte Datei, eine SIP-Datei. Die kannst du dann in einen entsprechenden Ordner ablegen, einen Ordner Digitaltechnik beispielsweise und dann mit der rechten Maustaste einfach entpacken. Und nach dem Entpacken steht letztendlich das Programm schon zur Verfügung. Das heißt, es muss nicht weiter installiert werden, sondern einfach in dieses Verzeihnis entpackt werden. Dann geht man in diesen Ordner rein, Logiflash, und dort gibt es eine Datei, die heißt Logiflash PurHTM. Und wenn man auf die doppelklickt, dann sollte sich Logiflash entsprechend öffnen in einem Browser. Ja, und hier kann man dann genau wie eben gezeigt einfach Lampen und Schalter einbauen. Wenn man diese beiden Komponenten dann verbinden möchte, dann muss man hier einmal hier oben auf diesen Knopf drücken, Komponenten bewegen und verdrahten. Das heißt, ich gebe das immer frei. Danach kann ich diese Komponenten bewegen, wie ich sie möchte. Und ich kann sie im Prinzip verdrahten, indem ich die linke Maustaste festhalte und von einem Anschluss auf den nächsten gehen. Und wenn ich den Lautsprecher eingeschaltet habe, dann hört man auch die Verbindung und anschließend funktioniert die Schaltung. Der große Vorteil bei der lokalen Installation ist, dass wenn man eine Schaltung gebaut hat, dass man die entsprechend speichern kann. Hier über dieses Kettensymbol. Und da gebe ich mal ein Schaltung 2. Und drücke auf Save. Und wenn ich jetzt diese einzelnen Elemente lösche, das mache ich mit diesem Symbol, lösche die Elemente, dann kann ich auf diesen Ordner gehen und meine Schaltung 2 wieder laden und dann habe ich meine Schaltung wieder, so wie ich sie vorher abgespeichert habe. Das macht nachher bei größeren Projekten auf jeden Fall Sinn, wenn man dort Zwischenergebnisse zwischenspeichern möchte. Schaltung 1 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 9 11 10 10